hey was geht ab youtube herzlich willkommen zurück zu meinem let's play player announce battlegrounds ich bin im 3er team unterwegs und zwar mit dem volks und dem wayne und wir hatten eine nette runde ja mehr oder weniger eine nette runde denn irgendwie ging alles in die hose man konnte nicht treffen und ich konnte durchs gitter nicht schießen und so weiter und so weiter aber seht selbst wie es ausgeht wir sind zwar in den top ten ich glaube platz vier haben wir geschafft aber seht selbst wie es ausgegangen ist euch viel spaß jetzt geht's los schalala schalala da kommt die zone die zone und der black mesa kommt malzeit und voll drin oder was ja ja ich bin auch voll drin der voll macht einen tag nix pennen und kacken und fressen sitzt du jetzt ja ich will drum machen ich sitze aber nicht den ganzen verbrechen anzocken der kleine muck ging ja auch nicht um den ganzen tag ging um 1 und wie lange hast gepennt heute morgen ich werde in meinem leben nie wieder durch machen das war der horror war das echt ich bin gestern und leute fast sagen ja sonst ist das kein problem ich habe das immer gemacht wenn ich mal aus dem druck muss kommen normalerweise gehe ich 1 halb 2 ins bett stehen gespielen system vorher auch geklappt ich bin ein bisschen eingedöselt ein stündchen glaube ich keine ahnung dann war ich wieder wach so habe ich dann auch in 24 in diesem hitler du bist du gucken und ich konnte nicht schlafen 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 da war das schon eins da hab ich gedacht du hast doch jetzt hier die 2 stunden rumgelegen ohne nichts zu tun ich konnte nicht pennen und dann machst du dich natürlich nervös oh scheiße du bist dabei schon fast 2 Tage noch dann hab ich irgendwann mein Tablet genommen und dann ganz weise nur irgendwie D-Max laufen lassen tut so geklappt und dann war ich ein halb von 20 Minuten weg das mach ich nochmal aus und heute Morgen um 10 aufgestanden oder ja bis 2 Euro geschlafen weil ich hier schon alles geloot hätte ich würde gerne einen Rotpumpf oder einen Holo haben wollen ja ich hab eins hier bei mir komm her ich hab eins hier ja cool komm her gib mir das okay so ein 4 Uhr aufstehen ist echt schon hart sagst du heute oder ja und dann noch 2 5 Stunden Auto fahren hin und zurück ja was waren jetzt über knapp ein bisschen über 700 bin ich gefahren heute den ganzen Tag ja das ist du bist auch plattern da ne ja weil du musst ja nicht nur für dich denken du musst ja für die anderen mitdenken ja weil die fahren ja ohne Kopf also naja nicht alle aber zumindest alles was C, C, H, Rho oder PL hat oder okay das ist blinken und raus egal ob du angekommst blinken und raus ja ja da musst du immer aufpassen das stimmt schon ich fahr 40 Stunden ich kann blinken und raus du nicht ne 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 wie ist die Lage grad gerade geguckt wo es die Tendenz ist da die Türen sind auch alle auf und ah da wird schon geschaffen rechts guck ich schon bei der Hütte auf zwischen E und 75 circa da knallt es irgendwo lass mal hier am Strand äh runterlaufen hier so am Rand ich würde warten wo sich der Kreis hin bewegt und dann würde ich mit bewegen da ist Kreis vielleicht noch oh wirds gekochen doch vom Haus aus ja von wo am Haus oben raus oder ne links hinterm Haus war der also rechts hinterm Haus Entschuldigung ok jetzt aber wieder in Deckung gegangen ja aber die schießen auch immer noch von da hinten also die sind zwei Gruppen einer ist rechts nicht ich nicht da oben läuft er weg wo oben auf dem Hügel links links da läuft links rüber ich sehe da ist ein stein oben da hat er sich da jetzt läuft er wieder nach rechts ich krieg den nicht ich verpiss nicht mehr mit einem stein hier aber ich glaube ich habe ein zweimal da jetzt läuft er hinterm haus ich kann ihn von hier nicht sehen unterwischen haus das linke er müsste er in den häusern ist er recht rüber gelaufen auch mal rüber zu euch hier oder vorne ist die bambule ausgemacht jens warte doch bis wir da sind dass wir unterstützen können ich verstehe jetzt noch die in der bude da ne pass auf das hinter uns da muss ich immer bisschen nachgucken dass der hinter uns nicht da wir sind auf jeden fall tot der hat eine m416 aber kein taktisches lager hat jemand von euch irgendwie strahlschützen zugehört ne ne denkt an den blauen kreis ne das war ein vierfach sucher diese scheiß looten wo ist der jens denn überhaupt hier rechts ich meine wenn ihr alles habt dann geht doch da schon mal einen kreis rein schöne position suchen und dann schön gas krocher aufstellen wir müssen aufpassen dass der hier links von den häusern da da müssen wir aufpassen da war einer auf jeden fall ach da ist da noch was schönes drin da kommt ein buggy runter von nord west hier fährt rechts rum hier bei mir hier in den größeren häusern da vorne waren die sind immer noch da ich glaube die leben noch die müssen aber auch irgendwann hier runter kommen zu uns hier schieß mir in die reifen felix ne ich mach hier mal erstmal gar nichts ist mir egal ich warte unten am kreis da ist ein boot ich warte hier oben da ist die nächste zone wahrscheinlich da vielleicht braucht die noch oder nicht oder oder was oder na so ja ah ah schauen wir mal wo es ausgehen wird ich denke mal bis dahin könnte jemand dann beim nächsten gleich gehen da dass man keine fünferteams machen kann ne komm einmal juli ich guck hier richtung berg ihr könnt die anderen richtung irgendwie bitte nehmen ja ich geh hier guck hier nach hinten ab dann müsste richtung norden gucken irgendwie ich guck mal hier ich geh mal rüber ins rein hier dann macht irgendwas anderes jetzt dann lootet noch ich suche mir eine position hier ist alles offen ja der hat bestimmt noch was entdeckt so ein eierbecher oder so vergoldetes gabelset nimmt alles mit oder das ypsheft war es das zelt zum selber bohrt so ypshefte ja die waren ja auch geil die ypshefte habt ihr was gehört ja das kam aus richtung osten wird geschossen flugzeug krebser wer hat geschossen nehmen du flugzeug krebser wie gesagt das genau richtung osten am baum von mir aus gesehen es war drüber sind zum haus gelaufen ja die sind zum haus gelaufen der zonen ist hier und ich sehe keine gegner verbinden oha jetzt müssen wir in die richtung wo wir gerade geschossen haben das ist natürlich nicht so prallig da ist die zonen ne ja super da stehen die schon mit pauken und trompeten und warten auf euch ja ja wie diese pisser die uns gestern überrannt haben von der seite naja gut haben sie gut gemacht das war sehr fein feiner zu äh hier unten wenn wir hier unten laufen sehen die uns aus dem fenster nicht und dann könnten wir versuchen äh gleich geduckt hier zu dem wassertank dazugehen und die häuser die sind irgendwie auch in der zone müssen wir nur hoffen dass die nicht auf welche da geschossen haben geduckt so auch wir müssen friedenspielplayers annoncen bädel 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 und drehen bädel dann sind sie ja sowieso aufteil ja ich will gleich erstmal raus essen usw ach dieser bädel Mann ey bädel bädel wo sind die rein in diese häuser hier oder wo schmerzmittel oder energy ich habe nur verbannt noch energy habe ich kannst du kriegen wenn du willst sehr schön danke wir können hier noch die häuser mitnehmen und ich werde jetzt nicht mehr looten jetzt wir sind ein staubsauger bitte kontinence 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 das ist auch aus ganz kleinen teetassen was denn? das ist auch aus ganz kleinen teetassen richtig die zone ist da das sind so fingerhutteetassen das sind echt das sind echt so vergüldelnden verzierungen richtig oh sei doch mal leise jetzt bitte da ist so viel vergüldung daran dass du gar nicht mal aus der tasse trinken kannst den 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 da und da rechts laufenden 4 4 Leute laufen da, Danny. Ganzes Gott. Ja, ich sehe es. Lass die laufen. Zu weit weg, dass du die sicher holen kannst. Die laufen auf genau nord zu dem duplinen Haus. Hier, Jens kommt schon wieder angeflitzt, ey. Ja. Der ist einfach killgeil, ey. Und schon mal wieder Chicken Dinner gehabt, oder? Nee. Machen wir gleich. Ja, genau. Ja, wir müssen an den Häusern vorbei. Da haben wir vorhin aufgeschossen. Da müssen wir auch irgendwann nochmal raus. Ja, los, komm. Dann. Links, Schüsse. Rechts, Schüsse. Ja, Schüsse von rechts. Auf uns. Ach, die sind Alex. Da sind drei Freizeit ins Gespräch. Der, der immer gespielt hat, auch nur Schroppplatz. Oh, die haben mich ausgemacht. Ich komme rüber. Die ist ein bisschen abschüssig, Danny. Kannst du hier runterkommen? Warte. Dann könnten wir mich gleich mehr mehr. Ja, Volks, mach du noch. Ich komme hin. Ich komme. Bleib hin. Bleib weg. Ich komme dahin. Ja, der Onkel Quentin. Und... Ja. Ah, Scheiße. Schat los. Skinny Nose. So besprochen. Och, Andreas von Namiden heißt der. Ja. Ach, so ein Rale da. Gott. Ohne kommt. Ich werde es mal eben schnell jetzt laufen. Oh, von links. Mit SKS. Oh, der hockt da irgendwie in einem Busch drin. Ich muss hier rüber, weil ich muss mich dann hochheilen. Das sind noch 20 Leute. Guck mal, wie klein der Kreis ist. Alter, Scheiße, Schwede. Wie gesagt, die Links von uns sind auch welche direkt. Ja. Ich gehe da vielleicht gleich mal in die Richtung. Ich suche die hier mit irgendwie in den Rücken zu fallen. Hier ist auch Misch. Oh, da sind sie. Ah, Scheiße. Scheiße, der ist aufgenockt. Fuck, 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 fuck. Ah, jetzt bin ich tot, Scheiße. Zwei Mann laufen da. Einer ist... Ah, Mist. Mist. Ja. Weißt du mal links drüber? Ja, ich sehe es. Okay. Ach, Scheiße. Ich glaube, die durchs Gitter nicht treffen, ey. Ah, Scheiße. Dreiergruppe, schade. Da ist nur noch unser Wayne. Wayne an der Hütte ist eine Dreiergruppe, ne? Rockt die alle weg jetzt. Ah, Hütte, Hütte, Hütte. Hier auch. Zone. Ja. Wo ist der? Ich schlafe direkt. Hinter der Mauer sitzen jetzt zwei Mann. Zwei Mann sitzen da jetzt. Komm mal. Zone, du stirbst. Oh, schnell rein. Jetzt. Ah. Naja. Naja, Platz vier, ne? Ja. Kann man nach dem nix, ey? Oh, ich konnte die durch das Gitter nicht treffen, alter Scheiße. Egal. Oder? Oh, ich wollte das.